Oh Leute, hier ist wieder Tanzverbot Alles klar Leute Du Doppel Tanzverbot Sieh'n Peace Einige von euch haben ja gefragt Ey Tanzverbot ist, ist Tan, Tan, Tanzen gefährlich Du scheinst ein bisschen mehr Art Anung von Bautzner Senf zu haben Selam, Kost, Lichs, Lichm, PC, Zocken, Mal Essen Und ich habe ne ganz einfache Lösung für euch Sämpf, und Sämpf Ungefähr wie, 1, und Sämpf Und da macht man einfach so, so Nimmt man so ne Brötchenhälfte Dann, dann holt man hier so ein Stück raus So, so ungefähr Ja, so, so Dann isst man das einfach So, so Ach geil Geil Ist natürlich ein bisschen geil Ich merk's gerade Aber ist einfach geil Das ist farsch, ne? Seben, schluss, das ne? Bautzner Senf müsst ihr euch holen Zusammen mit Bautzner Senf Einfach unschlagbar Ich hab heut auch schon sechs oder sieben Oder sechs, sieben, oder sieben Brötchen davon gegessen Das ist einfach so scharf Okay Hey Leute Das waren Ernährungszipfel Zipfel zwischendurch gewesen Zipfel Wenn ihr weitere solche Geil Zipfel Videos haben wollt Dann sagt mir das Und ich werd darauf eingehen Und dann zeig ich euch Alles klar Leute Haut rein Sehr gut YouTube bildet Dann sind wir hier Bis zum nächsten Mal Steinen Sehen 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 Sehen